Insgesamt, liebe Demonstranten, ich weiß ja von ein paar Leuten, ihr geht ja nach Berlin, weil ihr denkt, ein einzigartiges Erlebnis zu erleben. Ihr wollt wohl dabei sein bei was Großartigem, Einzigartigem. Ihr seid sensationssüchtig, aber was wird die Sensation sein? Dass er vielleicht euch lächerlich macht? Wenn mal eine Million oder fünf Millionen nach Berlin gehen, um die Regierung auszuwechseln, wer soll denn da die Deutschland führen? Selbst wenn ich das machen würde, würde ich eine Weile brauchen, um ein Team aufzustellen. Wie soll das einfach so gehen? Da muss man nochmal drüber nachdenken. Und die AfD, die braucht sich mal gar nicht einscheißen. Ich sage euch alle, fall da nicht drauf ein. Die AfD hat damals, wo Querdenken in Stuttgart angefangen hat, mehr gestört wie geholfen. Und jetzt, wo die Sache eine Millionenbeteiligung hat, versucht die AfD, diese Demonstrationsbewegung zu kapern. Ah, liebe AfD, ich war ja mal dankbar, dass in dem Schauspielerszenario zu den Altparteien noch wenigstens eine Opposition da war. Ja, aber wie ihr dann mitgestimmt habt bei der Corona-Sache. Und so seid ihr ja auch nur eine Schauspielertruppe. Und es ist ja alles nur ein schönes Theater. Also, liebe AfD, liebe Frau Vorsitzende der AfD von Baden-Württemberg, Frau Alice Weidel, jetzt braucht ihr die Bewegung auch nicht zu kapern. Und insgesamt wollen die, die da hochgehen, einen Friedensvertrag. Das bedeutet, wir wollen von den Parlamentariern da oben wahrscheinlich niemand mehr sehen. Nein. No?